Hallo und herzlich Willkommen! Ich zeige dir, wie Alexa dir bei der Kindererziehung hilft bzw. dafür sorgt, dass du entspanntere Abende hast, entspanntere Morgen hast oder entspanntere Zeit hast allgemein, weil Alexa, der Sprachassistent von Amazon, dir hilft. Was du brauchst ist auf jeden Fall ein fähiges Eco-Gerät und du musst dir im Google Play Store oder aber im iOS Store deine Alexa-App runterladen und entsprechend die Eco-Geräte auch verknüpfen. Dann hast du dieses Menü bzw. die Start ist die Alexa-App und siehst alles, was Alexa so kann oder was es dir vorschlägt. Wenn du oben auf die drei Striche klickst, kommt dann dieses Side-Menü. Du siehst schon, hier gibt es jede Menge Möglichkeiten, was du machen kannst. Wenn du dazu mehr erfahren willst, schreib es einfach in die Kommentare, da mache ich gerne dann noch ein neues Video dazu. Wir gehen jetzt erstmal zu den Routinen. Und hier siehst du, ich nutze schon einige Routinen, zum Beispiel die Abendroutine, Zähneputzen als Routine oder auch die Lonely Nights. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, auch gerne in die Kommentare schreiben. Fangen wir jetzt aber an, eine neue Routine zu erstellen. Dafür klicken wir einmal oben rechts in der Ecke auf das Plus-Zeichen und sehen schon, wir können erstmal einen Routinenamen auswählen. Ich nehme jetzt mal das abendliche Ritual, geht ja um unsere Kinder und wir wollen sie ins Bett bekommen und dass sie vor allem auch Zähne putzen vielleicht. So, also Name eingegeben, oben auf Weiter und dann wirst du gefragt, wenn Folgendes passiert. Also was heißt das? Du kannst draufklicken und du siehst, du kannst mehreres auswählen. Entweder durch deine Stimme, durch einen Plan oder durch einen Wecker. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall drücke ich mal die Stimme und sage, Alexa, starte das Abendritual. Das ist also das Kommando für Alexa, dass sie irgendwas Bestimmtes ausführen soll. Dann klicke ich oben auf Weiter und sehe, ich kann eine Aktion hinzufügen. Darauf klicke ich und ich finde, dass Alexa was sagen soll. Also sage ich, was benutzerdefiniert ist. Aber in der Regel reicht das für einen vernünftigen Satz. Dann gehen wir auf Weiter. Jetzt könnt ihr das nochmal kontrollieren, was passieren soll. Nochmal auf Weiter und jetzt könnt ihr theoretisch auch noch andere Aktionen hinzufügen. Ihr könnt noch sagen, okay, bitte spiele noch Musik ab. Ihr könnt dann Musik abspielen, die ihr quasi über Amazon Music habt. Lassen wir jetzt aber einmal weg. Wir sagen einfach noch, von welchem Gerät soll das Ganze abgespielt werden. Da könnt ihr einfach das Gerät, zu dem sie sprechen, nutzen. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch über das iPad das Ganze machen, wenn ihr mal im Urlaub seid. Oder auch über das iPhone oder auch über das Android-Smartphone. Dann klickt ihr einmal auf Speichern. Jetzt seht ihr, es kann bis zu eine Minute dauern, bis die Sprachroutine verwendet werden kann. Aber dann ist sie auch schon erstellt und ihr könnt sofort loslegen. Ihr könnt einfach sagen, Alexa, starte das abendliche Ritual. Und Alexa wird genau das sagen, was ihr reingeschrieben habt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich gerne was Ausführliches noch machen. Und ansonsten viel Spaß damit und schreibt uns auf jeden Fall, schreibt mir auf jeden Fall mal, wie es bei euch funktioniert hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.